Ich habe euch gefragt, ob ihr schon mal gemobbt wurdet. Die Antwort ist ziemlich klar. Viele von uns wurden schon mal gemobbt. Also habe ich euch auf Instagram gefragt, was würdet ihr euren Mobber gerne sagen? Stellvertretend für den Mobber haben wir den guten alten... Äh, was mache ich hier? Auf jeden Fall war das... Halt zum Maul! Ja, vor allem die Regeln werden immer... Sorry, aber mit solchen Schuhen... Zum Maul! Wären die immer selbstbewusster oder was mit den ganzen hässlichen Lohn? Schau dich selber mal an! Ihr habt echt Probleme! Geringverdiener! Mann, ich habe das das letzte Mal in der siebten Klasse gemobbt. Bin eh besser als du, Leute! Und was lernen wir draus? Keine Ahnung! Danke! Hass kann man nicht mit Hass bekämpfen. Das hat jetzt gar nichts gebracht, dass Max geschlagen wurde. Seid lieb zueinander, seid nett zueinander und hört auf zu mobben. Mobben ist nämlich uncool! Und wenn hier irgendein Bromato gemobbt wird, dann hast du es mit mir zu tun! Mobbing ist ein ernstes Thema. Seid lieb zueinander.